hallo ja ohne waffenkiste wäre jetzt voll gut aber ich glaube die ist drin kann das sein wir müssen uns auf jeden fall jetzt mal hier vom ort des geschehens ja genau das meinte ich vom ort des geschehens etwas zurückziehen damit der punkt wieder freigegeben wird in der zeit könnten wir theoretisch hier guck mal hier ist ein waffenpunkt für zubehör da erlebt der nick dann mal ein bisschen action da unten ach du scheiße ja ich sehe schon was da alles rumläuft bisschen action bisschen action bisschen ist gut die landet wieder mittendrin ja ich dachte auch gerade was hat denn jetzt ja wo von wo ja ich sehe überhaupt nichts das ist ein guter platz zum untergehen was hast du vor alarm ausgelöst warum die waffenauswahl ich bin verletzt egal lass mich liegen lass mich liegen in den schlachthäusern müsste aufpassen die haben schwere mgs wo bist du da reingekommen scheiße über die mauer also ich bin erst mit dem fallschirm gegen das haus geflogen und dann über die mauer der heli gibt mir richtig alter kommt nicht mehr weg ja ist nicht stimmt du kannst gleich bei einem von uns von den heli holt ich gleich runter ich rüste das lmg schon mal 8 lmg das mgs schon mal aus alter der sound ist überhaupt nicht nervig wenn man da liegt mgs ausgerüstet gerd ich spawn bei dir steh unter beschuss wer beschießt dich denn oben aus dem turm na hab ihn gesehen ja so heli ist dann meiner jetzt ne ich bin down cool ich kann mich bei nirgendwem absetzen das ist super doch müsstest du ne geht aber nicht doch du musst lange gedrückt halten so kerl ich hab dich längst gesehen da hinten wirst du den auch bitte ausschalten ja du für 15 wo ist denn der da in den turm moment den hole ich jetzt nimm doch nicht wieder die sniper besuch von wo nee hat sich erledigt aua ja komm ey glaub ich muss aber doch immer wieder ein bisschen leiser machen hab ihn im turm also im linken turm hol den hol die zweiten auch aus dem türmen boah moment das sind 400 meter maio warum fällt der nicht um ja aber nicht mit der pistole oh alter was ist das ja gerd das sind 400 meter aber ich traf so wie oft muss ich da noch volle kanne drauf halten tot jungen willst du mich verarschen oder was was soll was soll was soll wie was soll was soll was soll was soll ist was soll mit wie es ist ganz an Nee, der kommt nicht ans Fenster, das kannst du vergessen. Oh, von da hinten werd ich schon wieder gesehen, er ist da in die Börse. Warum wechselt der die Waffe so komisch? Hallo, lass mich doch jetzt die mal auswählen da in der Mitte. So, äh, wo ist denn der Nick? Da. Das kann doch nicht sein, warum... Entweder hat die erste oder die dritte Waffe ausgewählt. Die, die ich brauche, nimmt er einfach nicht. Ja, musst du doppelt, doppelt, doppelt klick machen. Dann wählt er die in der Mitte aus. Du wolltest die Pistole auswählen, ne? Nee, in der Mitte hab ich meine MP5. Ja, dann musst, äh, äh... Voll, da ist auch nix mehr drin, ey. Ja, das ist leider auch so. Ja, ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der steht an der Munitionskiste. Jupp. Jupp. Jetzt nix mehr. Na na na, scheiße in nem Let's Play. Dacht man doch nicht. Was? Der Typ hat gesagt, so eine Scheiße, ey. Also Gerds... 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 Charakter weiß echt nicht, wie man sich benimmt. Markiere Zeug für die Rebellen. Was? Fack. Fack. Was? Ich kann nicht auf der GER. Fack. Ach, da hinten. hast du den an dem mg habe ich ja alles klar der kollege ist gepanzert jetzt ist er weg danke ich sehe eine montierte waffe ja wie bist du denn gelaunt ja so macht man das gern ich weiß ja auch gerade headshot wenn er ins mg geht hast du landgranate doch freie bahn für euch mein gott die machen uns das aber schwer jetzt wählt auf die aus wohl den typ jetzt aus dem turm ich habe zu spät gesehen rebellen kümmern sich um den turm kann man eine granate in den geschützturm reinschmeißen in welchen hier unten bei uns hier liegen hier nämlich doch kein problem brauche ich keine granate für ja genau gehst du von hinten gibt es du messer nein nämlich erwürge ich erwürgst du okay erwürge ich erst lumpi der liegt schon länger da der stinkt auch schon ein bisschen was der typ nämlich nicht bedacht hat wenn er auf euch schießt dass sein rücken nicht gedeckt ist jetzt beschwert er sich dass ich keine deckung gegeben habe ich glaube der ist bescheuert mein freund nächstes mal kann der typ so lange auf dich ballern wie er lustig ist so fertigkeitspunkt waffenkiste entdeckt und die waffenkiste sogar und psg maschinenpistole kann ich nur nicht gebrauchen ich brauche ein scharfschützengewehr ein gutes das wollte ich schon immer psg oh da oben mache ich gleich boom boom die album boom erst mal so klugzeug klugzeug ich geh jetzt mal grad den typen hier oben besuchen wenn ihr den ja wie der lebt immer noch jetzt äh nicht mehr ja Capron und tschüss granate fliegt alter ich kann die kamera what the fuck die granate hat sich nicht gelohnt ne hab ich auch grad was ist denn das mit der kamera manchmal na gewöhnt man sich dran ich geh zu nick ja alter ey du ziehst die maus über den ganzen schreibtisch und nichts passiert kann das nicht wahr sein nebeneinsatz aufgespürt wo hast du denn jetzt ein flugzeug aufgespürt tja fliegst du es weg wissen wo sie den nachschub finden nein es war bloß eine eingezeichnete nebenmission ach so ach du hast du hast neue nebenmissionen gefunden UNIDAT aber guck mal wenn wir hier hinlaufen wo ich markiert habe bei B da ist noch ein fertigkeitspunkt der ist auch hier in dem Dorf ja super aua ach da kommt der natürlich nirgendwo hoch ne nein natürlich nicht doch so ach da sind die Vorräte so komm ich jetzt hier über das Mäuer hin markieren wir die jetzt doch ja ja Vorräte immer markieren ne also diese komischen Hakendinger da immer markieren so hört sich nach Zug an mhm was machen wir jetzt ich hab äh Fertigkeitspunkt eingesammelt schonmal müsst ihr auch noch hab ich wo ist denn der ach hier ahja und dann würde ich sagen hm 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 hm